Madame, ich denke, das ist zu viel. Sie ist ohnmächtig geworden. Komm schon, sie ist kein Kind. Sie wird bald wieder in Ordnung sein. Lasst uns die Party genießen. Armes Mädchen! Ich hätte sie nicht erschrecken sollen. Ich sollte sie aufwecken. Wach auf, Liebes! Es tut mir leid, wir haben nur gespielt. Oh mein Gott! Sie atmet nicht. Oh mein Gott! Lebt sie noch? Liebling, öffne deine Augen. Bitte steh auf. Ich sollte Mia informieren. Thomas, möchtest du mit mir tanzen? Mia, ich mache mir Sorgen um Sarah. Sie mag keine gruseligen Partys. Sie kennt den Ort. Mach dir keine Sorgen. Sie wird bald hier sein. Ich kann nicht warten. Ich sollte sie anrufen. Sarah, Sarah. Warum denkt er immer so an sie? Ich bin dieses Mädchen leid. Warum kümmert sich Thomas um sie? Sie geht nicht ans Telefon. Ich mache mir wirklich große Sorgen um sie. Beruhige dich. Ich werde draußen nachsehen. Ich bin gleich zurück. Danke, Mia. Das ist so nett von dir. Wo ist Sarah? Madame, sie ist auf dem Friedhof. Was macht sie dort? Ist sie immer noch ohnmächtig? Nein, Madame. Sie atmet nicht. Was sagst du? Hast du den Verstand verloren? Sie können es selbst überprüfen, Madame. Sie ist immer noch dort. Okay, du kannst gehen. Ich werde mich um die Situation kümmern. Oh mein Gott. Wo ist Sarah? 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 Hallo? Was soll ich jetzt tun? Hat sie jemand entführt? Ich muss sie suchen. Wo ist Sarah? Hast du sie gesehen? Thomas? Mia, hast du Sarah gesehen? Lisa, du kannst gehen. Okay, Madame. Thomas, Sarah muss hier sein. Sie ist kein Kind. Mia, du weißt nichts über sie. Sie kann nicht einfach so verschwinden. Vielleicht sollten wir auf dem Friedhof nachsehen. Sie mag keine gruseligen Dinge. Warum sollte sie dorthin gehen? Beruhige dich. Wir werden sie finden. Sie muss irgendwo hier sein. Sarah? Thomas, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Oh Sarah, wo warst du? Jemand hat mich auf dem Friedhof erschreckt. Ich hatte wirklich Angst. Wer hat das gemacht? Ich weiß es nicht. Sie trugen gruselige Outfits. Ich bin ohnmächtig geworden. Und wie bist du dann von dort weggekommen? Als ich wieder zu Bewusstsein kam, versuchte ich, den Weg zu finden. Gott sei Dank, dass du sicher bist. Komm herein. Ich habe mir große Sorgen um dich gemacht, Sarah. Ich hatte so große Angst, Thomas. Keine Sorge, ich bin bei dir. Danke, Thomas. Ich fühle mich sicher, wenn du neben mir bist. Thomas, lass uns reingehen. Wow! Die Party ist erstaunlich. Alles sieht so gruselig aus. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Thomas, können wir tanzen? Ja, sicher. Papa hatte recht. Thomas kümmert sich um mich. Ich muss es ihm nur klar machen. Nimm etwas Süßigkeiten. Oh nein! Sie war die Dame, die mich erschreckt hat. Das kann nicht sein. Sie lebt noch? Wer bist du? Was willst du? Warum hast du mich erschreckt? Wer bist du? Wovon redest du? Ich kenne dich nicht. Sei nicht so ein Lügner. Ich weiß, dass du mich erschreckt hast. Du trägst das gleiche Outfit. Es ist Halloween. Viele Leute tragen diese Outfits. Sag mir die Wahrheit. Wer hat dich dazu gebracht? Ich halte das nicht aus. Warum beschuldigst du mich? Ich kenne dich nicht. Oh nein! Sie kann meinen Namen nennen. Ich muss dieses Problem lösen. Mia, was ist passiert? Ich rufe die Polizei. Du hast mir fast einen Herzinfarkt verpasst. Bitte, tu das nicht. Es tut mir so leid. Es ist Halloween. Wir haben nur gespielt. Sag mir ihren Namen. Wer diesen Plan gemacht hat? Ich kenne hier niemanden. Ich muss etwas tun. Sie könnte meinen Namen verraten. Warum bist du stumm? Sag etwas. Sarah, lass sie gehen. Ich werde mich um die Situation kümmern. Auf keinen Fall. Ich will ihren Namen wissen. Sage uns ihren Namen. Wer war sie? Ihr Name ist... Sprich. Wir hören zu. Eigentlich kenne ich ihren Namen nicht. Sie trug eine Maske. Du lügst. Sag mir die Wahrheit. Sarah, ich werde mit ihr sprechen. Ich kenne diese Dame. Ich werde diese Person finden. Ja, Sarah. Mia wird dieses Mädchen finden. Hey du, komm mit mir. Wir müssen reden. Okay, Madame. Keine Sorge. Mia wird die Angelegenheit klären. Sarah, möchtest du mit mir tanzen? Was? Ich? Ja, Sarah. Du. Ich würde sehr gerne mit dir tanzen. Danke für den Tee. Ich liebe ihn wirklich. Du bist immer willkommen. Ich bin so glücklich für Sarah. Sie ist jetzt mit meinem Sohn. Ich mag deine Tochter wirklich. Du hast sie sehr gut erzogen. Danke. Ich mag deinen Sohn auch. Er ist jetzt verantwortungsbewusst. Eigentlich möchte ich, dass deine Tochter Thomas heiratet. Ich stimme dir zu. Ich möchte das Gleiche, aber Thomas ist noch nicht bereit dafür. Woher weißt du das? Sarah liebt Thomas. Sie hat ihm ihre Gefühle offenbart. Aber Thomas hat Sarah abgelehnt. Er sagte, er sieht sie nur als Freund. Was? Sarah liebt meinen Sohn? Ich bin so glücklich darüber. Ich werde mit meinem Sohn darüber sprechen. Du brauchst nichts zu sagen. Gib ihm etwas Zeit. Er wird Sarah lieben. Das hoffe ich. Du wolltest meinen Namen verraten. Nein, Madame. Ich habe Ihnen versprochen, Ihren Namen nicht zu verraten. Ich war nur ein wenig schockiert. Ich dachte, sie sei tot. Merke dir eines. Egal was passiert, verrate niemals meinen Namen. Verstanden, Madame. Danke, Thomas. Ich habe viel Spaß gehabt. Ich auch. Danke, dass du gekommen bist. Wer ruft an Sarah? Das ist mein Vater. Hallo, Papa. Sarah, es ist zu spät. Wann kommst du zurück? Ich komme mit Thomas, Papa. Wir gehen gerade. Thomas, wir müssen gehen. Papa wartet auf mich. Okay, wir sollten uns von Mia verabschieden. Sie ist draußen. Ich hole sie. Madame, wo ist meine Belohnung? Hier hast du sie. Merke dir eines. Halte den Mund. Verstanden? Keine Sorge. Ich werde das Geheimnis nicht verraten. Du hast den ganzen Plan gemacht. Sarah wird nichts davon erfahren. Du kannst jetzt gehen. Mia? Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke, für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. tumorsk bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.